Musik Die Jala ist eine ganz liebe Sanfte. Sie können gemeinsam mit Naturschäden sein. Also es kann durchaus vorkommen, dass man z.B. die Brüder sauber machen will. Dann muss man die Firma natürlich wegsperren, damit man in den einzigen werden sie gefährlich. Und das kann natürlich dann sein, dass die Jala dann gerade ein Nickerkel im Stroh hält. Und dann kann man noch so sehr mit den Futteraschen oder sonst was, da bleiben sie dann stur liegen. Sie bleibt dann eben nicht dran, aber es ist erst zu warten, bis sie sich einmal aufgeklärt. Dann haben wir noch unseren Papa, das Männchen, das ist der Nelson. Das ist ja da ganz hinten. Man sieht, er ist ein bisschen größer als die Jala, hat eine behaarte Brust. Und wenn man genießt hat, dann kann man hinten am Boxen zwei kleine Küchen erkennen. Das sind Vegetalfische und die bilden nur die Männchen aus. Die Jala und der Nelson, die sind beide etwa 20 Jahre alt. Das ist schon ein ganz gutes Alter. Vier Mann werden so ungefähr 30 Jahre alt, können aber auch ein Alter von 40 Jahren oder sogar noch älter erreichen. In der Mitte da haben wir unseren Hund hier. Der ist jetzt drei Jahre alt, ist ein ganz entsprichter Kerl. Das ist ja das Problem. Er war das, was schon sicher. Das war es, ja.